Hallo liebe Leute, grüße Sie zum Mittestag, es ist heute der Polenwitz. Hallo liebe Leute, es ist Mittestag, es ist wie fast jeden Tag, heute der Polenwitz. Und zwar ist er von Leon Prenz und Michelin Köppen und sie sollen von dem Jan Prenzen und Joachim Goliński grüßen. Und Jeremy hat den Witz über Facebook geschickt. Zuerst hat er mich angerufen und dann den Witz über Facebook geschickt. Und der Polen zergeht zu. Wie nennt man einen Polen im wilden Westen? Klauboi. Wie nennt man einen Polen im wilden Westen? Klauboi. Und Erklärung. Es ist so, im Osten Deutschland wird viel geklaut und heute schon gestohlen in Polen, so ein Sprichwort. Und im wilden Westen nennt man einen Polen den Klauboi. Nicht Klauboi, sondern Kuh-Junge, sondern Klauboi. Der Jungen, der alles klaut. Okay, tschau, tschau, wieder abonnieren.